Und hallo und herzlich willkommen liebe Leute, hier ist wieder euer Ronald Boomerstart. Dann kann ich Sie für die Taten hier bloßstellen. Und diesen Ring sprengen. Mr. Pierce, der Ex ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jacks das tut. Er ist kein Kind, da still sitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Oh, fett. Da ist er. Das ist voll weit weg, Alter. Ist da oben. Okay, ich kann mal ein bisschen hier hin. Mach schon schnell, Reise. Und Harmonika. Seriously? Okay, den muss ich jetzt mal loswerden. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Hab dich. Nein! Arschloch! Clever, Alter. Nicht schlecht. Clever gut. Kick dich, du gehörst mir, Alter. Geh mehr, Junge. Juhu! Alter, au! Scheiße. Ah, ja, der Hilla. Karra, als ich. Das ist ein bisschen schmies. Fuck. Ich hasse sowas. Sauerei. Ey, ich verliere gegen... Anfänger. The fuck. Egal. Ich versuch's auch noch einmal. Ich hab gerade so die Lust dazu. Einmal hacken und einmal Hauptmission. Hauptkampagne. Ist doch gut. Find ich so mindestens. Oder? So. Das heißt, wir müssen so oder so in die Richtung fahren. Das können wir da werden besser machen. Und das geht aber schnell. Das klingt jetzt aber schnell heute. Merchiger. So. Wo ist er? Am Rand. Scheiße. Wo zum Teufel ist der denn? Der ist ja ein Arschloch. Als unsere wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Nee, doch nicht. Du musst ihn finden. Ja, da hol' ich mir mal jetzt, ähm... Hacken und eine Vector installieren. So. Der wird dann da hantiert. Der wird da warten bestimmt. 100% nicht. Aber ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. So. Das sind die Leute, die warten, bis er einen hackt. An den Positionen, wo man logischerweise, wo normale Passanten nicht hinkommen. Aber wie gesagt, ich bin nicht dumm. Ich versuch's zumindest. Mein Glück. Ich bin nicht blöd, mein Freund. Ich darf mich nicht verarschen. Hacken und abhauen. Und das Auto wechseln. Naja. Oh, der ist auch eine Kutte. Ja. So. So. Ich krieg das nochmal oben, die Brücke. Ist der mit dem Auto unterwegs? Ich fass es nicht. Wer hat da hin? Ah, der kommt mir entgegen. Der kommt mir entgegen? Hm, der kommt mir entgegen. Nee, nee, ich will keine Schnellreise. Der kommt mir eh entgegen. Und daher... Brauche ich keinen Schnellreiser. Da abkommst du mir. Kommt der zu mir? Ja, der kommt zu mir. Okay. Wenn der zu mir kommt... Okay. Müsst ihr eigentlich zu mir kommen, oder? Macht ihr jetzt? Bleibt so stehen. Fuck. Das fährt aber... Ach, der will mich doch scrollen, alter. Wie sieht aus? Oh, fuck. Ja, der kommt mir einfach noch. Ja, komm schon. So. Komm schon her, komm her jetzt. So, sehr schön. Ah, der Hafen schafft er das noch in der kurzen Zeit. Wenn ich dann hab ich halt verkackt, ne? Ah, hier sieht man noch die Bremssp... Scheiße, man sieht die Reifenspuren noch hier. Pack. Kommt her, ja, kommt her. Machen sie ein bisschen so. Ah, komm, alter, brauche ich schneller. Noch 31 Sekunden. Ah, fuck. Das sind viele, viele Parken per Auto. Das ist gar nicht eigentlich voll krass lustig, die Gelegenheit. Ist er jetzt nicht einfach ausgestiegen? Fuck! Ah, der will mich doch verarschen, der Typ. Ja, ich weiß. Oh, so schwere ich jetzt. Kommt ran. Kommt ran. Kommt ran. Hab ich nicht. Ah, tut eh nichts. Ich muss jetzt gleich schnell zu dem Punkt kommen. Zappchen. Ah, schön. Okay, jetzt muss ich schneller gehen, jetzt muss ich schneller gehen, jetzt muss ich richtig schneller gehen. Okay. Scheiße. Nein, nee, okay, das war nichts, das war nichts. Kack. Shit. Ja, okay, das war jetzt mit dem Arsch. Ich glaube, wenn das Klo war, das ist jetzt auch richtig. Scheiße, ich hab verkackt. Oh, verdammt. Ich glaube, das war jetzt mit dem Scharfützengewehr ins Cockpit reingeschossen. Äh, ich hab... Ähm, was ist... Ähm, was ist... So. Hilfe, ich wollte mal am Blinden. Ach. Jackson! Scheiße Ich komme schon, halt durch Papa ist unterwegs Papa ist auf dem Weg Papa kommt Nein, nein, ja, nein, 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 nein Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt Die Ladung kam aus Mitteleuropa, wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung, Näheres ist nicht bekannt Scheiße, ihr Ein Niedekarbleas zum Reiten Versteht ihr? Ne, ich auch nicht So, aus dem Auto bitte, ich muss mir da, ich muss da hoch Boah, das ist fett Das ist weit Raus hier Wir haben einen Notfall, bitte schicken Sie uns Hilfe Wir haben einen Notfall, bitte schicken Sie uns Hilfe Unbedingt retten Alle Einheiten aufgepackt Weil wir wollen jetzt mit so einem kleinen, lieben Kind, was zustößt So brand Das ist auch gut, was nicht stimmt Ich habe keinen Bock, um lebt zu werden Das stimmt fast nicht mit dem CTOS-Scan Moment So Aber was jagt mich hier gerade eigentlich, ne, wie kocht er oder was? Sieht so aus, aber es kostet nicht mehr lange, er hat es ja geschafft Gott sei Dank So LF an alle Einheiten, CTOS ohne Ergebnis Haben ihn nicht gefunden Wie weit ist es noch jetzt? Weit Anscheinend Was ist denn hier los? Unfall oder was? Oh man Das Auto ist schön lahm, alter Richtig lahm So eine Schnecke Die lahm ist Gut So So Wir haben Beine Helfers lang gefahrt hier Oh Er verbrechen Muss er ja machen Ich bin doch im Weg Guck mal Machen wir Hier rupala, das war Absicht Da ist es Hilfe Ist das jemand hier? So So Der ist bestimmt noch ein Verbrecher, werde ich mit euch Oder? Muss ichs doch Mama Nein Hätte es besser die Stadt verlassen sollen Nein, bitte, du musst mich anhören Verzieh dich Nein Nichts Nein, 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 nein Hier wird kein Verstärkung gerufen, vor allem Nein Da ist ja keine, keine Dinge, was wir verstärken müssen Das Ding auch Au Au Ey, sag mal Zackleu Arschloch Arschloch Esc Ach Guuuu Anf Status Aber das ist jetzt egal, weil ich schließe die Ziele, muss ja weitermachen. Ach Mensch. Keine Ahnung zu sagen, ey. Der hat nur Probleme hier. Die arme Sau. Um. Voll empobbelt. So, hopp. Äh, jetzt los, 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 los. Ein Fixer, ich krieg die Krise. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich hab' ein Fixer. Mensch. Um den kümmere ich mich sofort. Ah. Ah. Ist das eine Arschung? Was ist das in Lagen? Bam, Junge, Alter. Der hat gesessen. Man, 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 ich hab' ein NPC-Hacker hier. Können wir eh nicht schauen. Nicht können sie. Ach, wie ist das? Alter, ich kann nicht mal. Kannst du mich schweilen, oder wat? Nein, Alter. Vögel. Ah, was ich Vögel nennen? Und so wird das gemacht. Oh, nö. Och, nö. Ich will das Mission machen, Alter. Ich brauche Hilfe, jemand schießt hier. Und so wird das. Wir Use nicht merken Abball. Ausguntschüss, Ausguntschüss! Aaa! Wo, Alter! Ich bin ein fünsterer Mann. Ich bin ein Fünsterer. ich werde das nicht mehr versuchen. Ich weiß nicht, dass ich das nicht mehr versucht, ich kann das nicht mehr versuchen. Ich werde das nicht mehr versuchen, ich bin nicht mehr versucht. Ich werde das wohl in eine längere Folge wieder. Ich hoffe, dass es euch nicht stört. Wir wissen nicht, dass es so unplanet läuft. Kann ja keiner wissen. Und wer auch. So, jetzt können wir Maira machen, endlich. Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Ach, Mensch. Der macht Sagenleckleiner. Nach dem Auktionsfiasko werden die Jungs schön wachsam sein. So. Ja. Ich komme jetzt hier schnell in den Deck rein. Wow. Gut aus. So, dann müssen wir auf jeden Fall schnell da reinkommen. Das sehe ich mir mal an. So. Ich. Ich bin. Da war doch oben ein Weiner. Oder? Könnt ihr auch alle auf einmal erschalten, aber das bringt mir nichts ohne. Das bringt mir überhaupt nichts eigentlich. Deswegen gehe ich immer so gleich hoch. So, den Hammer. Check. Am besten, wir schalten dann die ganze Wache hier aus. Dann spielst du, wo der jetzt lang bleibt. Ah, da ist er doch. So, wunderbar. Nach oben. Lol. Ach, alle Gegner töten. Da drin ist Jackson sicherer, bis ich die Kerle erledigt habe. Das ist nervig. Noch einer da unten. Da unten. So. Das geht doch schnell. Wahnsinn. Ist doch nicht schwer. Alles Idioten, Junge. So. Ähm. Wo noch? Da unten auf der Straße, so wie es ausscheinend. Das andere. Dort. Satteln. Ah, ich will schauen. Steckst du in Ruhe. Bumm. Na, spielt das jetzt? Das sind ja diese blöden Rauchseile sind, ich sehe sie nicht. Wohl, eigentlich kann ich da was rein in der Granate oder Dinger schmeißen. Die ganze VW, oder das heißt. Verdammt. Boah, das ist schon wüt. Leute, das war ja voll für den Arsch. Mann, da, ey. Hatte nicht seine Ruhe. Schlimm, ey. Lasst meinen kleinen Sohn in Ruhe, meinen kleinen... Kurz zu sagen, unser... Oh. Ein Jan-Sticker! So, jetzt... Jackson! Ein... Ein Incoming! Ein Ungewöhn! Ein... Jackson? Jackson? Jackson! Ah, Mensch, immer Sachen. Na, hat alles gesehen. Scheiße. Ich bring dich in Sicherheit. Komm mit Jax. Komm schon. Das will man seinen... Sein... Besorgen eigentlich nicht zeigen. Das sind Sachen... Die muss man nicht sehen als Kind. Wir gehen. Jakes Gesichtsausdruck. Was hab ich getan? Ich habe sie alle getötet. Was hab ich mir nur gedacht? Natürlich bist du so. Du hast sie alle umgebracht, du Idiot. So bin ich doch gar nicht. Oder? Scheiße. Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde. Es tut mir alles so. Ich heiße Ausreden, ganz ehrlich. Es ist nicht einfach. Hättest du gar nicht... Ganz so gut, dass es angefangen wärst, als du alles mal so weiterkommst. Hör mir zu. Wenn ich es mit den... Bösen Männern aufnehme. Musst du in Sicherheit sein. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Ja, das bist du. Aber das ist nur ein Spiel. Ich warne sie. Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre, rufe ich die Polizei. Scheiße. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, so Irreal Boom. Und nicht vergessen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach unten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Daumen nach unten. Und gebt einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin. Ciao. Ciao.